Das sind andere Sachen, also da ist nur dieser, von wegen, dass das Limpfgesetz außer Kraft gesetzt werden muss oder massiv abgeschwächt werden muss, das ist nur ein kleiner Teil von den Extremitäten, die man davon sieht, wirklich, das ist gelinde gesagt. Wenn man sich vor Augen hält, wem diese Personen, also jetzt zum Beispiel ein Spahn, der auch keine medizinische Ausbildung hat meines Wissens, oder eben Drost und Gates, welchen Fachleuten sie da gegenüberstehen und welchen Meinungen sie da irgendwo die Stirn bieten. Oder im Vatikan, die Völker könnten sich sowas nicht gefallen lassen, die Leute müssen wirklich mal begreifen, dass es hier um Leben und Tod geht und auch die Perspektive Zukunft überhaupt für ihre Kinder. So, was man im Hintergrund jetzt gehört hat, das war, das war, das war, das war, wie gesagt, ein Kulturstudio-Podcast, da weiß ich aber noch nicht, ob ich den raus schneide. Wenn ich es nicht mitgekriegt habe, habe ich es rausgeschnitten, ich erinnere, falls es noch drin ist. Abwässern wir mal einer, ups, irgendwas, ich denke, das mache ich schon jetzt erst mal. Ah ne, das war. Und da eigentlich, schöne Scheisse. Es muss doch einen Weg geben, von dem Dreck loszukommen. Ja, man merkt es im Hintergrund rechnet, dass der Computer im Hintergrund rechnet. Machen wir was ganz einfaches. Zum Glück haben wir hier die Option. Schön. Ähm, was machen wir denn da mal? Schön. Hm. So, ne, Blumen haben wir schon. Jetzt weiß ich mal, was wir hier müssen und die Oh, dieilibe. Also nicht. Ich weiß nicht. W模schtest du? Das war's. Ich hab mir gedacht. Ich hab mir gedacht. Ich habe mich noch nicht, dass eine andere Seite herrscht. Das war's nicht so. Und ich habe das ein, was das passiert. Was ist jetzt wohl ein Knotwerfen? Ehhhhhhh Wenn ich nicht schaue... Die Knoten sind unsere Erlösung. Was ist denn hier? Das ist ja auch... genau hier das war hier die Geistkammer ich weiß nicht, ob ich meine ja, ich möchte die Bewerbungen ich habe die Bewerbungen ich möchte die Bewerbungen ich möchte die Bewerbungen ich möchte die Bewerbungen Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ne oh scheiß ich muss halt verschleichen ok auf 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 weg mal auf 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 away retype F ist verstärkt, F ist verstärkt, C ist übernehmen F ist verstärkt, Tracing-Programm initialisiert Zugriff gewährt Tja, jetzt ist doch gelöhnt Spar schon mal trotzdem erstmal, weil... Wir sind was für ner Scheiße, wenn wir hier jetzt landen Böhmel Hey, es geht hier Böhm, ich bin hier Sie waren nie hier! Sie sind mit einer Konkurrennung. Jemand ist tanklos vor. Ich bin schon fast hier. Ich bin schon fast hier. ja Was haben wir hier? Das ist der Z. Einfach mal. Auf. Vorne, mit seinem Suche und Exekution. Feindliche Aktivität, setz es auf und sie kommt ins Modus fort. Wie ich das viel in Ruhe lässt, ist erstmal alles recht. Feindliche Aktivität entdeckt, setz es auf und sie kommt ins Modus fort. Ah ja. Kistenhub. Ich das richtig sehe. Hier reingesorgen. So. Reich gesichert. Setz es auf und sie kommt ins Modus fort. Ich gehe sehen. Steine. Geht los. Äh... So... Kann ja nicht gehen, wenn ich die ganze Zeit vom Menschen tue. Die ganze Zeit in den Rechten. Stinken drücken. Ja, so ist es halt, wenn man so blöd zum... gewesen ist. Krass. Das war mal 3. Was haben wir denn? Was? 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 Das ist doch nicht normal. Hallo. Was ist das eigentlich so? Ich bin mal schön blöd. Ich könnte ja einfach hier so lange gehen. Halt. Ich bin so süß. 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 Es ist einfach. Ich bin so süß. 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 erstmal schnell zum Stromschalter zu kommen und den einfach abzuschalten. Vielleicht hilft das, statt hier mit den Kisten zu arbeiten. Wir setzen erstmal hier in Monos fort. So. Ja! Oh Scheiße. Das muss man sich doch hier machen. Ich hoffe hier ist ein Amion. Ich weiß nicht. Aber ich bin sicher. Im Moment ist es nicht. Ich bin sicher. Ich weiß nicht. Das ist eine Schwung. Das ist eine Schwung. Das ist ein Schwung. Das ist ein Schwung. Ja! Ich weiß nicht, dass wir erst mal die Schicksalte sind. Wir können auch rein. Das muss ich mal gleich von Anfang an machen. Wollen wir alle außen rumgehen können. Das wäre natürlich auch nicht möglich. 04. Ich bin komm van hebt. 16. 20. 22. 20. 31. 35. Dann wird wohl öffsisch halt. Jetzt kann ich nicht spielen. Ich schau mal nicht einfach mal. Vielleicht wird mal noch was. Und hier finde ich nix. Scheibenwohn nix. Da gibt man den anderen auch ein Stück. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Ah ja, dann ja auch. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. mal stinke Die Erwärts sind auch mit dem Schuss. 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 Ich muss jetzt mal die Kisten holen, oder wie? Was ist das? Keine folgliche Aktivität entdeckt. Setze Partouli. Losfalt. Okada-Scan abgeschlossen. Verhält der Partouli im Modus 2. Burda bir hangi? Yok, bu sendeyiz. Schuss! Also die Leiden eigentlich nur noch... Pssst Pfff 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 Pff 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 Ich habe dort einen Dreck. Wir sehen, wir haben noch ein Schlöss. Das finde ich schon keinen. Da muss ich unbedingt hin. So. Keep that stupid side, stupid side. Ich mache schon mal trotzdem mal, bevor hier wieder irgendwas passiert. Das Messingprogramm initialisiert. Zugriff verweigert. Vor zum Glück, oder? Jetzt müssen wir warten. Vor zum Glück, der erste Versuch. Deswegen habe ich gespeichert. Wenn es ein schöner Zufall ist, ist Mist. Jetzt können wir noch ein bisschen weg. Ich werde nicht schief. Ich werde nicht schief. Ich werde nicht schief. Untertitelung des ZDF, 2020 Anomalyse gestellt, Tracing-Programm initialisiert Zugriff gewährt Irgendwas ist da, wo es den Wader geht Hier habe ich gerade keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin Sparsch auch noch mal kurz Ist vielleicht besser so Ach, da bin ich gelandet Was ist da, wo es von der Wader geht? Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzt habe, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich schreibe das Schleisch. T-Shirt. Geh, das muss ich hier sein. Ich habe es nicht so, dass ich hier sein kann. Was ist hier vor das Gewehr? Oh ja. Das ist ein bisschen. Also ganz normal Bier und Wein, kein Spiel speziell. So, dann rennen wir jetzt mal nach dem Abschluss zum Händler, weil ich mich schon ein bisschen klar hatte, dass ich gerade völlig planlöst bin. Äh, genau, hier muss ich. Äh, wenn, kann ich mal jetzt auch was geben. Ich schalte dem Voraus, was schön ist. Ich öffne deine Augen und erkenne die Wahrheit. Mann, dieses verdammte Zuttern. Credits im Voraus. Äh, ich brauche Kaffee. Äh, äh, dies. Kaffee erstmal. Ich brauche nochmal kurz. Ich brauche nochmal noch. Aber hier auf Kaffee 2. Warte mal seh. Ja. Ähm, das Neuropepti muss schon mal scheinen. Ich brauche auch noch zu viel zu machen. Bis dann für dich. Du bist du frei auf. Du bist wald, du bist wald. auch ja ich brauche ein praxis da 1 gute wahl sehr verlässlich im moment nicht so heißt das große einkäufer was das ist das ist das ist das ist das ist Das hält mir besser. Ich weiß, was ich tante? Ich muss... Ich muss... Oh Gott, drei. Schütztürme, äh... Hex... 2... Ja, Mama, ja... Scheißweiler... 3... Der Maschine dort ist weise... Scheiß... 2... Ah so amour... Scheißweiler... Ne ja, normal... Agnone... Okay, like... Scheißweiler... Mite, ich versuchte das, aber ich Collaboratete... Scheißweiler... Scheißweiler...